Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Yaks Beauty-Line Adventskalender, der sich nun hier befindet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal diese Schätzchen zu erobern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, angeblich haben die die Kritik umgesetzt, steht auf jeden Fall auf der Homepage. Ich bin gespannt, wir werden uns das mal von innen anschauen. Der kostet normalerweise 149 Euro, wenn man sich dort registriert, sind es 129 Euro. Und 400 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Ich bin wirklich gespannt und ich glaube auch die liebe Nicole von Schickitas Place wird genauso gespannt sein. Sie stellt den jetzt auch gerade vor. Also für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen aber feinen Beauty-Reise. Dieses Mal kommt ihr auch in so einem Karton. Und hier haben wir dann die einzelnen Boxen drin enthalten. Kann man den nicht jeden Tag öffnen? Hello. Hello. Du, ich habe eine Frage. Der Jax Beauty-Line. Wo sind denn die anderen Kläppchen? Ja, Telefon-Joker hat mir meine Frage beantwortet. Es sind nur 12 Kläppchen in diesem Adventskalender. Und hier startet es auch tatsächlich nicht mit der 1, sondern mit der Nummer 2. Mensch. Hier ist die 3 nicht selbstverständlich mit dabei. Okay. Hier haben wir dann zuallererst den 2. Dezember. Er ist nicht gut wiederverwendbar, tatsächlich leider, weil hier alles mögliche draufsteht. Inhaltsstoffe, das Produkt steht hier drauf. Okay. Wir haben hier ein Full-Size-Produkt drin. Und das soll auch wohl so sein, dass wir hier nur Originalgrößen drin enthalten haben. Mit 10 Gramm. Das finde ich schon mal sehr charmant. Und hier haben wir sowohl Bronzer, ach Quatsch, Blush, als auch Highlighter. Und ich denke, dass man diesen Blush auch sehr schön dual verwenden kann. Also, ich habe auch oft solche Blushes, die ziehe ich mir dann ein bisschen höher, dass ich die nicht nur hier so auf der Wange habe, sondern vielleicht auch so ein bisschen an die Schläfe zum Beispiel, ne. Weil da ja auch ein bisschen bräunlicher unterwegs ist. Das sind schon mal schöne Töne. Kann man sagen. Ist ein Creme-Produkt, ne. Und das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier nicht allzu viele Schimmer-Produkte drin haben. Aber der Blush, der hier mit drin enthalten ist, ist schon mal matt. Das finde ich gut. Ich mag nämlich, das letztes Jahr hatten wir ja auch diesen Schimmer-Bronzer drin. Das war ja ein bisschen schwierig. Ja gut. Ist jetzt eigentlich relativ Jacke wie Hose, ob ich den jetzt so in den Hintergrund stelle oder den Adventskalender, weil das ist ja beides sehr schlicht unterwegs. Übrigens haben Nicole und ich auch gerade nochmal gequatscht. Wir haben auf der Homepage gesehen, dass man eine Masterclass für 59 Euro im Prinzip auch in dem Wert inkludiert hat. Und ja, das ist hier in einer Bonus-Masterclass, die im Adventskalender enthalten ist, zeigt dir Make-Up-Artist Miriam Yaks persönlich die einfache Anwendung der Produkte für einen perfekten Look. Was ja per se ganz nice ist, aber im Prinzip hast du dann ja 59 Euro Wert davon. Ich persönlich habe noch keinen Link oder sonst irgendwas davon zugeschickt bekommen. Vielleicht ist das irgendwo hier im Adventskalender. Ich finde es ein bisschen schwierig, finde ich ganz ehrlich gesagt, dass man sowas dann auch in den Preis mit einberechnet, also in den Wert. Und gerade wenn das ja auch Produkte von der eigenen Marke sind, die dann ja auch beworben werden, dafür einen Wert von 59 Euro anzusetzen, finde ich persönlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir machen mal mit dem Adventskalender Inhalt weiter und da bin ich nach wie vor gespannt, denn hier haben wir die Nummer 4. Und hier ist ein Pinsel drauf abgebildet und da, ja, bekommen wir auch ein Pinsel. Mensch, das finde ich schön. Das finde ich schön. Damit kannst du auch die Cream-Produkte anwenden, die jetzt hier mit drin enthalten waren. Damit kannst du aber auch Foundation auftragen. Die Yaks Beauty-Line-Pinsel sind ja auch, glaube ich, so der Ursprung von der Marke und ich finde die großartig. Ich finde die richtig toll. Da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender auch einen drin enthalten oder sogar zwei, die ich sehr, sehr toll fand. Und das muss ich wirklich jetzt sehr, sehr lobend erwähnen. Achso, hier haben wir noch dieses Sleeve einmal für drüberziehen. Aber, ja, ihr habt es gehört, Nicole hat ein bisschen gelacht, als ich hier die Zahlen gesucht habe. Und sie hat mir das dann erklärt, dass wir hier wirklich nur zwölf Tage haben. Steht tatsächlich auch online. Lol. Ja, dann schauen wir mal in den Nikolaus, den 6. Dezember. Das ist einmal hier dieses Produkt. Happy Nikolaus steht hier auch drauf. Und das ist hier auch etwas ausgestopft, dass du da halt, dass das Produkt nicht kaputt geht. Denn das ist ein Puder-Produkt. Wir haben hier ein Eyeshadow Duo drin erhalten, was ein wunderschönes Produkt sein könnte, wenn man halt sich einen Alltagslook schminken möchte oder wenn man halt dieses Produkt für einen Abendlook oder so nehmen möchte. Das ist schon süß, ne? Da hast du dann wirklich, dass du nur so deine Augen hier oben im Spiegel siehst und das hier irgendwas geschmiert hat schön. Das ist ein sehr kühles Duo, also dass du halt wirklich einen sehr dunklen Ton hast, als matten Ton und als Schimmerton. Halt so ein, ja, Taub-Grau-Ton ist das quasi, ne? Ist ganz süß. Oh, die Nummer 8 ist schwer und sie darf machen, dass es kracht. Da gucken wir mal, was wir hier drin finden. Das ist ein Produkt, das viele Firmen in ihren Adventskalendern vergessen. Es ist ein Glow-Toner mit 120 Millilitern. Das finde ich super. Ein Toner ist super, 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 super wichtig. Muss ich wirklich sagen, gerade bei sensibler Haut nach der Reinigung, ein Toner drauf, um den pH-Wert so ein bisschen zu regulieren, der Haut, ne? Und um zu machen, dass die Wirkstoffe, die man später durch die Kosmetik aufträgt, durch die, ja, Pflege, besser in die Haut eindringen kann. Also ein sehr nice Produkt und der soll halt Glow geben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie er das machen wird. Wir haben auf jeden Fall Niacinamide hier drin. Das ist eben das Ding, okay. Centella Asiatica ist auch mit dabei. Das ist so ein bisschen hautberuhigend, aber Niacinamide sind sehr weit oben. Und auch Aloe Vera Blattsaft. Das ist auch ein sehr schöner Inhaltsstoff. Niacinamide sind immer so ein bisschen hauttonausgleichend und ist irgendwie in super vielen Adventskalenderprodukten dieses Jahr enthalten, weil das auch ein Wirkstoff ist, den viele eigentlich gut vertragen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Sie ist etwas leichter und hier steht Mascara drauf. Das finde ich schön. Ja, eine Mascara kommt immer super in einem Adventskalender, finde ich persönlich, ne? Dass man da halt einfach auch mal, ja, jedem, der Mascara verwendet, und das sind, glaube ich, ja die meisten, echt ein tolles Produkt liefert. Und darüber freut man sich doch eigentlich immer in Adventskalendern. Auch das ist ein Produkt, was leider sehr, sehr häufig vergessen wird, was ich schade finde. Vielleicht gehen die Firmen davon aus, dass man die eh schon hat. Ein Faserbüßchen haben wir hier drin enthalten, was so ein bisschen dezenter aussieht. Müssen wir mal gucken. Und ja, wie man eine Mascara aufträgt, wissen wir, glaube ich, alle. Finde ich schön. Zur Halbzeit habe ich hier den 12. Dezember. Das dürfte auch wieder ein Pflegeprodukt sein, weil es etwas schwerer hoch ist. Upsala. Und da haben wir ein Beauty-Elixier drin enthalten mit 30ml. Auch das dürfte eine Originalgröße sein. Also das soll quasi Schönheit bringen. Na, da bin ich mal gespannt drauf, du. Ähm, genau. Also, das kann man pur auf die Haut auftragen. Ähm, ich persönlich würde das tatsächlich, äh, nach dem Toner dann entsprechend verwenden, ne. Und, joa. Inhaltsstoffe stehen hier jetzt, glaube ich, nicht drauf. Schade Schokolade. Das hätte ich ja gedacht. Nur die Anwendung. Cruelty-Free scheint die Marke zu sein. Was ja schön ist. Made in Germany. Finde ich auch schön. Ach so, Squalane sind hier drin. Ähm, das ist ein tolles Produkt, was ich empfehlen würde für abends, weil Squalane sind meistens etwas ölhaltiger, ne. Und, ähm, ja. Das ist quasi der, die natürliche Alternative zu Kollagen. Der 14. Dezember. Oh, das sieht aus wie ein Etui. Äh, Yux X The Holt Company. Das ist einmal ein, äh, Case. Ist das nur ein Case? Oder sind da auch noch so Augenpets drin? Das finde ich ja ziemlich cool. Äh. Ich kriege es gerade nicht auf. Es tut mir leid. Wie kriegt man das denn jetzt vernünftig auf? Ach, mit Fingernägeln. Okay. Ähm, ja. Die sind gut. Ähm, das sind halt solche wiederverwendbaren Augenpets, wenn ihr euch eine Augencreme drauf macht. Macht die einfach ein bisschen dicker drauf, wie eine Augenmaske dann quasi. Dann könnt ihr euch diese Pets nehmen, die ihr immer wieder waschen und wiederverwenden könnt. Und die macht ihr dann da drüber. Die gibt es ja auch von verschiedenen anderen Firmen, von vielen anderen Firmen. Ähm, ich habe die das erste Mal damals verwendet, als Maxime Lieber sich im Shop hatte. Und, äh, ich finde die gut. Die gibt es auch von Typology zum Beispiel. Die verwende ich auch sehr gerne. Und, äh, die machen halt einfach, dass die Wirkstoffe, die jetzt in den jeweiligen Produkten, die man dann damit zusammen aufträgt, ähm, dass die halt nicht verdunsten. Oder, ne, wie auch immer verschwinden, sondern, dass die wirklich in die Haut einziehen. Und dadurch hilft es einfach. Ob man dann diese Pets braucht oder ob man sich irgendwelche anderen drüber legt, ne, kann man selber entscheiden. Die sind jetzt hier auf jeden Fall mit in der, in dem Adventskalender. Das finde ich schön. Das ist echt klasse. Aus 100% medizinischem Silikon. Weiter geht die Wildereise am 16. Dezember. Und hier soll etwas für die Lippen drin enthalten sein. Und zwar der Lip Liner in der Farbe Natural. Das ist wirklich ein wunderschöner My Lips White Better Rosé Ton. Und den mag ich gerne leiden. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein individueller, ach Quatsch, ein universeller Ton, den sehr viele verschiedene, ähm, zu sehr vielen verschiedenen Ereignissen tragen können. Und deswegen eine wundervoll gewählte Farbe. Auch das dürfte nur Originalgröße sein, vor allem, weil es ja auch online steht, ne, dass alle nur, äh, alles nur Originalgrößen sein sollen. Und, ähm, sowas kann man sich komplett über die Lippe geben. Wenn man das halt mag, ne, für mich wäre es ein bisschen trocken. Ich würde mir darüber entweder einen Lip Gloss oder einen Lippenstift auftragen. Hier geht's am 18. Dezember jetzt direkt in der Weihnachtswoche weiter. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Und da haben wir ein dazu passendes Lippenprodukt, ähm, das ist auch mit 5ml in der Farbe Natural sehr wahrscheinlich dazu passend gedacht, ne. Da muss ich gleich mal gucken, ob wir einen Lip Gloss oder einen Liquid Lipstick hier haben. Äh, ein Lip Gloss. Finde ich schön, mag ich sehr, sehr gerne. Und, ja, den trägt man sich dann entweder solo auf oder halt zusammen mit dem Lip Liner. Bei Lip Liner ist halt das Ding, dass die dafür sorgen, dass deine, äh, dein Lippenprodukt, was du danach aufträgst, sei es Lippenstift oder Lip Gloss oder Liquid Lipstick, nicht in die Lippenfältchen kriecht. Also wie so eine Art Barriere, wie eine kleine Mini-Mauer, die man sich da baut. Und, ähm, ich finde es toll, dass die Lippenprodukte aufeinander abgestimmt sind. Auch wenn er ein bisschen dunkler aussieht, ne, ganz interessant. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Der ist jetzt auch schön schwer. Und hier haben wir auch wohl etwas mit dabei, damit wir unser Gesicht schön reinigen können, nachdem wir halt uns geschminkt haben und dann abgeschminkt haben oder abschminken wollen mit diesem Produkt. Und morgens würde ich das auch anwenden, wenn ihr aufsteht, ne. Ihr habt sehr viel Kram im Gesicht. Macht euer Gesicht sauber, bevor ihr dann auch mit eurer Gesichtspflege anfangt. Ähm, 100 Milliliter habe ich hier drin enthalten und sowas finde ich immer sehr, sehr nice. Das ist ein gutes Basic-Produkt, was jeder gut gebrauchen kann. Ähm, das ist hier mit Panthenol, was hautberuhigend sein wird. Vitamin C scheint hier auch drin enthalten zu sein. Kamille ist auch immer eine schöne, beruhigende Sache. Melisse und so weiter und so fort. Aloe Vera hast du hier auch mit dabei. Aber halt auch ein bisschen Parfümstoffe. Da muss man dann gucken, wie man das so verträgt. Das ist, äh, Hartplastik und, äh, ein Pumper. Also ich finde, das ist ein interessantes Produkt. Wenn ich jetzt nur zwölf Kläppchen hier drin habe, hätte ich das ganz cool gefunden, dass die halt eine Auswahlmöglichkeit gegeben hätten. Dass du sagst, du möchtest einen zwölftage Adventskalender, okay. Aber möchtest du einen Pflege-Adventskalender oder möchtest du einen Make-up-Adventskalender? Das wäre so mein Wunsch gewesen, weil wenn man halt nur so wenig Produkte hat, es ist genau wie mit dem Fenty Beauty Adventskalender, dann hast du hier halt wirklich beides drin, aber halt leider nur zwölf Produkte insgesamt. Und das finde ich für mich persönlich ein bisschen schade. Ähm, hier habe ich jetzt den 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend. Und hier haben wir etwas drin enthalten, was du, wenn man your face, verwenden kannst. Und zwar ein Glitter-Eyeliner. Meine Güte, sieht der schön aus. Muss ich wirklich sagen. Das wird ein Dip-Eyeliner sein. Und, äh, damit kann man dann akzentuieren, nennt man das ja so freundlich. Ähm, der sieht aus wie Schnee. Das finde ich wunderschön. Die Frage ist, wie viele Leute verwenden so einen hellen Eyeliner, ne? Den kannst du dir zum Beispiel, wenn du dir einen schwarzen Eyeliner gezogen hast, on top nochmal auftragen. Jetzt nicht unbedingt den Wing entlang, sondern zum Beispiel halt wirklich nur hier auf dem beweglichen Lid bis zum Ende hin oder nur bis zur Hälfte, wie man möchte. Oder man trägt ihn halt hier so am Knochen entlang auf, ne? Von der Mitte anfangend bis zum Knochen. Und was du aber auch damit machen kannst, ist, wenn du dich mit den dunklen Farben geschminkt hast und das Ganze noch ein bisschen aufhellen willst, dass du dir den zum Beispiel in den Innenwinkel gibst und das auch ein bisschen mit auf dein bewegliches Lid ziehst. Das öffnet das Auge halt optisch nochmal ein bisschen, ne? Richtig cool eigentlich, aber ich glaube eine relativ schwierige Farbe, die nicht jeder, der den Adventskalender so öffnet, verwenden möchte. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und, ähm, ja, jetzt packe ich die 22 wieder zurück und nehme jetzt schon das Highlight raus. Die Nummer 24. Und, ähm, die ist jetzt hier. Es scheint ein Pflegeprodukt zu sein. Merry Christmas Set & Refresh Spray. Nee! Oh, ein Setting Spray finde ich auch immer sehr, sehr genial. Ähm, da sind 80ml drin enthalten. Und so ein Spray kann man super verwenden, bevor man, also, ne? Als Primer-Ersatz zum Beispiel, wenn du halt deine Hautpflege aufgetragen hast, gibst du darüber halt einfach dieses Spray. Was man auch machen kann, ist, dass wenn du deine cremigen Texturen aufgetragen hast, dass man das drüber gibt für mehr Verbundenheit und Haltbarkeit und dann mit den Puderprodukten fortfährst. Oder zum Ende des Make-ups kann man das auch ganz gut verwenden, um alles halt nochmal miteinander verschmelzen zu lassen. Die pudrigen und die, ähm, ja, cremigen Texturen. Oder, halt um das Make-up nochmal aufzufrischen, wenn man so wie ich das Ganze schon mal ein paar Stunden drauf hat, dass man da einfach nochmal so einen kleinen, freshen-up-Effekt hat, dass das Ganze sich nicht mehr ganz so crusty anfühlt zum Beispiel. Ähm, finde ich richtig geil als Produkt in einem Adventskalender, weil das sage ich auch immer wieder, dass man halt ein Primer, ein Setting-Spray, ein durchsichtiges Augenbrauengel, eine Mascara kannst du super in deinen Adventskalender reinpacken, weil die universell sehr gut verwendbar sind. Ähm, joa. Ich muss gestehen, wenn ich mir jetzt auch angucke, was so hinter mir steht, bräuchte ich ganz persönlich keine Masterclass dafür, wie man das jetzt anwendet. Also, die 59 Euro hätten die auch optional machen können, weil das finde ich ein bisschen, hm, das muss nicht sein, weil das ist für mich ein Gutschein, den ich jetzt so nicht nutzen würde, ähm, und ihn auch noch gar nicht bekommen habe. Ich denke, vom Wert her liegen wir eigentlich ganz gut, aber ich werde die Masterclass außen vor lassen, weil ich einfach finde, dass das einfach etwas ist, was, weiß ich nicht. Oder ich schreibe halt den Wert in plus Masterclass. Ähm, weil ich, ich störe mich da tatsächlich sehr dran gerade, ne. Und, ähm, ja, ansonsten haben wir hier aber gute Produkte drin enthalten, auf die ich mich freue. Man sollte sich dessen bewusst sein, welche Produkte in welcher Farbe hier drin enthalten sind, weil nicht alle mögen so einen dunklen Lidschattenlook und nicht alle, ähm, können dieses Produkt in der Eins mit den farbgebundenen Blush- und Highlighter-Produkten so verwenden, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten sind es gute Sachen. Doch, da, da beschwere ich mich auch nicht drüber. Wie findet ihr den Inhalt von dem Adventskalender? Wem würdet ihr den empfehlen? Würdet ihr euch den selber kaufen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal drüber austauschen und dann wäre es es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend für dich, ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.